was getestet let stream chartox ist also willkommen leute zu let's play chartox ist toast hast du ne cam grad schön auf fullscreen gemacht oder was ne das nicht aber toast ist sehr grafisch gesehen also ich meine von gameplay her fühlt sich das essen ja also ziemlich realistisch an also ich meine ich bekomme meinen ganzen körper so ganz komisches gefühl besonders in der bauchregion da fühlt sich das so als ob das essen durch den mund durch meinen hals so darunter geht verstehst du so durch die speise krasser scheiß übertreib nicht ich schwörs dir das ist das beste let's play was ich jetzt machen kann man kann so viel dazu erzählen mein du hast ein toast du hast darauf vier mortadella dingster kack und 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 zehn kilo curry hallo war und die grafik die ist die ist realistisch und gameplay awesome ist einfach ziemlich realistisch muss einfach nur deine eigene fresse bewegen und die fresse dann okay 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 also das best beendet anstatt so bullshit zu darf und könnte sich überlegen was würde ich zocken was wir zocken geschlafen willkommen zu let's play toast 2 mit dem mal neun dosen